Ich stelle mir Gönnrad wie folgt vor, so ein kleines dreijähriges Mädchen auf einem Dreirad und während sie fährt, ruft sie Gönnrad. Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Junge. Ich mache jetzt nur noch die ganzen neuen Maps und Overpass. Beginnen wir die krasse Schose. Ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Move it, move it. It's a fucking move it. Die Leute, wie sie immer kreischen. So durchgepeitscht, Alter. Full the Aces mit ihrem Basie. Da kommt ein Zug. Wow. Scheiße. Ich habe es nicht gerafft. Nice. Hat er schon gut gemacht. Gute Voraussetzungen für die Zweitrunde. Ich würde sagen, einfach mal gegen kaufen. Da musst du gegen kaufen. Ah, yeah, bitches. Nein, keine Munition mehr gehabt. I'm gonna fuck you. Mann, Mann, Mann. Ja, den hätte ich auch locker killen können. Ich sage es mal so, ja. Nicht killen und killen ist ja schon ein Unterschied wie Dago nach. Wenn du noch im Keller das Licht anmachst, also praktisch in halbe Nacht hervorrufst. Wenn es dämmert. Love. Ah, fuck. Ich bin noch im mittleren Feld hier aufgestellt. Passt. Aber ich möchte auch schon nach ganz oben. Alter, ich fixe jetzt von hinten. Er hat eine AK gehabt. Und wir haben alle geholt. Und keiner von uns ist gestorben. What the fuck? Ich habe die Zapmarine. Äh, die Aquamarine. Oh, die ist Aquamarine. Nach wie vor im Mittelfeld hier angesiedelt. Läuft bei mir. Ähm, hello? Hat er es schon made? Das ist so blättrig hier. Männer wie wir. Die geben richtig Gas. Männer wie wir. Sind unten rum nass. Männer wie wir. Die trinken Feuerzeuggas. Aha. Das ist es. Das ist de Morphys Leve. Da kann man doch hoch. Warum sagt das keiner? Welchen ihr sagt alle irgendwie, das geht nicht oder so. Und ich denke mir, höh. Und ihr so, äh, doch nicht. Oh oh. Wir sind die. Boah. Da steht ja noch was. Ultra behindert, Mann. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber immer noch im Mittelfeld. Läuft. Volle Pulle gekauft. Leute, wir müssen die Runde holen. Sonst habe ich einen fetten Verlust gemacht. Kinder. Fand ich ultra schwach meine Performance gerade eben. Ich hätte wie immer flashen sollen. Aber ich habe beide richtig fett gewumst. Das heißt, es ist ein, da, der erste Akzist. Ja, weil sie alle einzeln gefickt werden. Der kann safen. Oder auch nicht. Mama, ich gehe jetzt. Oder wie sieht das aus? Oh. Ninja. Ninja. Purple, bleibt doch hier. Die Bombe ist down. Ryan. Fuck, Mann. Okay, er hat wenigstens die Runde noch geholt. Huh. Ist schon, ist schon ein bisschen schwierig jetzt gerade. Ja, ich will gar nicht so richtig hier. Die Web will mir nicht so richtig reingehen, ne? Egal, ich mache jetzt ultra defensiv. Wie man es eigentlich bei City auch machen sollte, ja? Nicht so vorgehen wie so ein Presslufthammer. Äh, Kopf. Eine neue Wortschöpfung. Benutzt sie ruhig. Ich erlaube es. Oh, oh, thanks, Mann. Thanks, Mann. Thanks. Thanks for the rub. I got a plant. I got a plant a bump. Das sind so wenigstens. Echt, die sind freundlich, zuvorkommend, englisch. Ja. Die Killer aber auch. Die Killer geht auch gut ab. Welch habe ich gehört? Ja, habe ich auch gehört. Wie sie alle von mir gehört haben. Das ist echt krass. Manchmal ist es erschreckend. Manchmal ist es erschreckend. Wie mein Ruf mir vorauseilt. Du bist doch der Gute, oder? Ja, ja. Los, los, los. Los, los, los. Hopp jetzt. Wenn wir das Pelzer spielen würden. Ah, Mensch, ey, lauf mir zu, da. Aber oblaub. Nein. Nice, bruh. Nice. Ist wahrscheinlich auch eine City-Map, ne? Ich habe schon Schiss vor Terror. Und das sind wir einfach gut. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Deswegen sage ich jetzt doch erstmal nichts dazu. Gönnrad hat mich gebumst. Der gönnerhafte Gönnrad. Jetzt schreit er wieder. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Immer schwierig mit dem stehen bleiben, ne? Man weiß nicht so genau, wie es funktioniert. Granate. Alles klar, 11-4. Ein sehr guter Einstieg hier für die nächste Hälfte. Ich bin da schlecht, ich habe noch keinen Stern. Finde ich jetzt nicht so gut. Kann ich nicht gut heißen, aber ich denke, dass ihr trotzdem mal wisst, dass ich Glaube bin. Okay, Männer, ich hoffe, ihr sagt dann. Weil ungeführt wird das hier nichts. Wir sind maximal ein dreckiges Dutzend. Also nicht ganz, aber wir sind auf jeden Fall verstunken. Los, Männer! Gelb ist nicht mitgekommen. Super. Oh, Gönnrad, Mann! Leck mich am Ärmel. Wie viel habe ich dir gegeben? 79, Gönnrad! Du sackiger Sack. Gönnrad, der ist echt gönnerhaft. Ich stelle mir Gönnrad wie folgt vor. So ein kleines dreijähriges Mädchen auf einem Dreirad. Und während sie fährt, ruft sie Gönnrad. Wie so ein Pokémon. Oder wie jemand mit einem Schlaganfall. Ungefähr so ist Gönnrad unterwegs. Wir brauchen noch fünf Runden. Hopp jetzt! Wenn ihr Englisch sprechen wollt, wir sind nur mit viel Ars-Arbeit. Ich habe gerade eben die Queen begrüßt und ihr den Hof gemacht. Wow! A toilet! Lass uns mal schön auf de B... Oh nein, der kauft einfach ein, weil er so behindert... Don't stop! Oli, go fast! Auf der Bahn! Stop niemals, Alter! Ich bin so eine richtige Kampfmaschine! Gehen! Nein! Ich fasse es nicht, dass dieser Pisser mich gekillt hat. No chance. Oh, fuck, man! What's happened, guys? What has happened? Wir machen die Runde jetzt so ein bisschen langsam, teilen uns auf und so. Ich nehme an, dass da gleich einer kommt. Den werde ich jetzt hier erwarten. Oh, fast vernippelt! Wir haben so Pech! So, jetzt haben wir es. Der Russe ist sauer. Klasse gemacht, Leute! Jetzt muss er sich erst wieder einkriegen. Supi! Komm schon, komm schon! Okay, komm, das ist unsere Runde. Sicher. Safe. Okay! This is my star! Mein erster kleiner Stern! Okay, ich warte hier. He's in the truck. Ha! Huuuuh! KZAM! So, haben wir eine Katzenattacke, wäsch? Katzen schreien immer so, falls ihr es noch nicht weiß. Dummkopf. Okay, Leute. 3, 2, 1. Boom! Das ist unser eine Russe und das ist der andere Russe. Und wenn die schimpfen, dann schimpfen sie. Ey, die Faske macht sich voll verschoben, scheiße. Fuck, das wird später im Video richtig kacke. Warte, boah, bei Doom, ey! Da hüpft doch schon ein Mate rum, der hockt direkt davor. Nein! Ich weiß nicht, ob man es wieder gesehen hat. Ich versuche es gleich mal zu slow moanen. Ich habe gerade, wo der Pisser kommt nach oben, links auf die scheiß Karte geguckt. Oh! Immer dieses, ah, es ist frei. Oh, nein! Drei Runden brauchen wir noch für den Sieg. Sollte doch wirklich keine Schwierigkeit sein. Gut, die Gegner haben jetzt auch Geld. Aber! Und jetzt denkt da ganz besonders dran. Die sind behindert. Pass mal auf, wie ich jetzt wieder ganz vorne bin. Achtung! Der sagt Joking, macht ihr doch irgendwas, dass ich hinter ihm bin. Der sagt Joking, guck, jetzt bin ich ganz vorne. Ja, wie er ruft, hey, yellow! Jetzt wollte ich euch gerade hier den Sturm zeigen, dann fliegt mir die scheiß Box runter. Ich habe hier die Kabel. Ich habe ein ganz schlechtes Kabelmanagement im Moment. Komm schon, Junge! Schild! Gehört auf, ihn zu holen! Ich möchte auf jeden Fall eine Arcar. Granaten. Granaten sind mir schon wichtig, ne? Ähm, du, ich ernähre mich ja schon seit ein paar Jahren vegan. Und ich habe seitdem fünf Hipstergramm abgenommen. Äh, fünf Instagram. Äh, 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 äh. Tote Tiere? Oh, du, auf gar keinen Fall, Mann. Nur im Shampoo maximal. Kinder? Ne. Ich esse maximal ein Kind oder so. Also, wenn es hochkommt, eins am Tag. Ja, die Kinder machen ja auch unglaublich fett. Ha, 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 ha. Ich hasse mich gerade selbst. Ha, 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 ha. Ich geh auf den Sport, geh weg! Alter, mir hat jemand in den Rücken geschossen. Wer war das? Welche Ficke war das? Ein Planter und der Baum. Right there, right there. Like a big fat TDP. Yeah! Wir f*** ihm! Yeah! Sorry! Nice, nice. Ha, 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 der Russe! Na, na! Na, boah, da geh mir mal! Jetzt weiß zwar nicht russisch, aber ich kann schon deutlich mehr Sprachen, als ich selbst weiß. Sorry, man! Here we go! Another grenade! Pfff! Okay, Leute, den Draw haben wir schon mal im Sack. Jetzt holen wir uns noch ganz genüsslich. Also wirklich so wie, wie, ich sag jetzt mal, wie ein extrem beleibter Mensch. Also sehr beleibt, so dass man sich vielleicht nicht mehr aus dem Bett bewegen kann. Wieso ein Mensch ein Stück Torte vertilgt? So werden wir sie jetzt vernaschen. Achtung! Jungen! Nein! Hat den Mate abgefackelt. Alter Verwalter! Ne Giste eingesackt und fett gewonnen! Also ich meine, ich bin zwar Vorletzter, aber ich hab einen Stern. Auf jeden Fall einen Daumen hoch für unseren rabiaten Russen, weil der war richtig edel drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.